Die Sonne! Jaaa! Horitz, ich fahr nicht ohne dich. Und ich nicht ohne dich. Dann lass uns jetzt diese Reise machen und endlich unseren Traum erfüllen. Egal was kommt. Es tut mir leid, Hannes. Es tut mir so schrecklich leid. Jetzt gehen Sie mal nach Hause. Und morgen kommen Sie wieder, okay? Du hast ein schweres Schädel-Hirntrauma, Hannes. Hallo mein Schatz, ich küsse dich. Daher das Koma. Die Stelle gehört doch dem Hannes. Nur so lang, bis er wieder da ist. Ich übernehme deinen Job, Hannes. So lang, bis du wieder aufwachst. Sonst verlierst du ihn. Und ich werde dein Tagebuch weiterschreiben, damit du keinen Tag verpasst. Moritz, Sie waren unehrlich. Damit, wie schlimm es wirklich um Hannes steht. Hannes, drück meine Hand! Er ist noch nicht so weit. Sie wollen also bestimmen, wann er seinen letzten Tag hat. Hannes, drück meine Hand! Glauben Sie wirklich, dass der Hannes wieder arbeiten kann? Sie glauben an Ihren Superstar. Und ich glaube an den Hannes. Wenn du allein bist, Ich bin auf, auf und auf und auf. Jaaah! Ha ha!